In der antiken italienischen Stadt Pompeji haben Archäologen einen prächtigen Bankettsaal freigelegt. Die Stadt bei Neapel war im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet worden. Der Saal war durch die Asche gut konserviert. Die Wände sind mit Fresken geschmückt, die Motive aus der griechischen Mythologie darstellen. Sie zeigen Figuren aus dem Trojanischen Krieg, wie er von Homer überliefert wurde. Das sollte die Festgesellschaften wohl zu Gesprächen anregen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 12. April.